moin 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 leute ein herzliches moin es kommt vom herzen und danke dass ich wieder reingeschaltet habe ihr könnt noch spenden oder es lassen eure entscheidung wäre nett hier ist eine neue bringe sorte bringe diese new bringe zu weis fusion diese weis chips so so reis aus reis stecke wahrscheinlich gemacht und was dabei ist ist pendiente süß sauer wenn diese pips chips 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 so schmecken ich werde es mal aufmachen und für euch testen die richtung wird sich aber stück schiff verloren ich werde jetzt testen wenn gut nach der soße nach der soße schmecken schmecken eher nach der soße geht raus dann so nach dem Gewürz Ente schmecke ich es nicht raus dann schmecke ich es nicht raus dann schmecke ich es nicht raus so geben wir an den Krümeln der Chips also kann man essen die neue Sorte von Pringels wenn du die Bälle machst, gleich packen alle wie lecker ist denn super, Hammer, geil, lecker nach dem Krümeln Reismilker Reismilker ich kann euch die Chips noch führen ihr habt die gekauft aus dem Angebot von und Hammer, 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 lecker eine Empfehlung euer Geliebten er ein Uhr bis denne eure Uhr haut rein haut euch lieb eine Faust drauf und lasst euch vom Virus nicht erschrecken bis denn und bin raus und das auch bis 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 Vielen Dank.